Jesus wurde mal von den religiösen Führern seiner Zeit gefragt, was das höchste Gebot ist und er hat eine total umwerfende Antwort gegeben. Er hat gesagt, liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst, darin sind alle Gesetze und alle Gebote erfüllt. Dreimal Liebe. Man kann, wenn dieser Satz seine Berechtigung bewahrt, von Gott nie anders reden, als dass es Menschen darunter gut tut. Freiheit kann nur dann funktionieren, wenn man den Nächsten im Blick hat. Also nur Freiheit in Gänze erleben, wenn wir wirklich lieben und die Liebe weitergeben. Inzwischen schreibe ich einfach Songs, weil ich was fühle und weil ich das rausbringen will. Also das gehört zusammen. Liebe ist gleich Freiheit, Freiheit ist gleich Liebe. Die einfachste Übersetzung der Stelle wäre, liebe Gott so, dass du darunter selbst wirst.